Kennt ihr das Vorurteil, dass alte Leute total hilflos sind mit Technik und von Handys überhaupt keine Ahnung haben? Gut, bei Hiltrud ist das nicht viel anders. Das heißt aber nicht, dass sie keine Ahnung hat von Gaming, TikTok und Instagram. Das liegt unter anderem am Knopf in ihrem Ohr und an meinem Gaming-Kollegen Lukas von Brawl Stars. Einfach mal alle Brawler zu einem und was? Oh mein Gott, Digga, was ist das, Alter? Let's go! Was? Okay, Fran, ich würde sagen, wir kommen zum nächsten Video. Easy! Dann wollen wir auf jeden Fall mal schauen, wie sich die Hiltrud schlagen wird, Leute, wenn wir sie eben gleich fernsteuern. Ich würde sagen, Prank up! Hörst du mich? Ja. Dreh dich dreimal im Kreis. Und jetzt mach mal den Floss-Dance. Ist richtig so, ne? Ja, das sieht schon mal ganz gut aus, aber vielleicht finden wir ein paar Leute, die dir das beibringen können. So, Oma Hiltrud, dann schauen wir doch mal, was die Jugend so auf dem Kasten hat. Also, kennen Sie nicht mit TikTok aus? Äh, nein. Nein, tatsächlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Nein, tatsächlich nicht. Insta? Insta, ja. TikTok nicht. Spielen Sie Fortnite oder sowas? Äh, nee. Ja, spielen Sie... Nee, keine Computer spielen, Minecraft und so. Kennen Sie nicht aus? TikTok, oder? Sehr wenig. Nee, wenig. Was wollen Sie mit TikTok? Unsere Hiltrud kennt sich ja echt besser aus als die Jungs und Mädels da draußen. Ja, stimmt. Die beiden. Ja. Also, kennen Sie sich mit TikTok aus? TikTok? Ja. Ja. Können Sie mir einen modernen Tanz zeigen? Ich brauch ein Bild von mir, wo ich tanze. Ja? Ja, aber ich weiß nicht, wie man heutzutage tanzt. Könntest du dann tanzen? Ich hab gar nicht tanzen. Hat da jemand Angst, gegen Oma Hiltrud zu verlieren? Können Sie da tanzen? Mir will was vormachen, dass Sie dann kapieren. Kennen Sie den Flossdance? Können Sie flossen oder ein bisschen Gangnam oder sowas Lustiges machen? Können Sie auch nicht? Ich weiß nicht, so flossen oder Gangnam oder irgendwas Modernes, was ich dann aufnehmen könnte. Ja, kennen Sie das? Achso, das tanzen. Ja, ja. Können Sie das? Ach Leute, irgendwer muss sich doch auskennen. Er schäme sich. Ja, ja, ich weiß. Er schäme sich. Oma lässt sie tanzen. In 3, 2, 1. Los geht's. Na bitte, geht doch. Ich mach es vor. Ich mach es. Was muss ich machen? Eine Runde Gangnam Style. Sieht super aus. Frag Sie mal, ob Sie Fortnite spielen. Zocken Sie auch oder nicht? Ja, was denn? Was spielen Sie? Ach, äh... Oma Hildrud sorgt für beste Laune. Rollenspieler. Ja, das ist doch Fortnite und so nicht, ne? Das nicht. Aber du bist ein Nerd, ja? Du bist eher ein Nerd, ja? Wissen Sie? The Witcher heißt es. Witcher, ja? Ja. Oh, schön. Wissen Sie, ob Sie als Senioren in der Batte kriegen können? Oh, das weiß ich nicht. Und jetzt wird's klassisch. Ja, aber man macht es ein bisschen so steif, denke ich, ne? So auch ein bisschen runter. Und wie ging das nochmal? Es ist schon so lange her und dann macht man so... Also, es ist, äh... Ich denke, man macht es manchmal so, in der anderen Richtung. Gut. Es war kein Floss, aber es sieht trotzdem gut aus. Herzlich willkommen bei Verstehen Sie Spaß Kids. Sehr cool gemacht. Ich könnte mich auf jeden Fall daran gewöhnen, andere Leute fernzusteuern. Hat richtig Spaß gemacht. Ihr findet hier links und rechts weitere lustige Videos auf diesem Kanal. Lasst also auch gerne ein Abo da. Ja, wie lange willst du das eigentlich noch machen? Ja, solange ich Zeit hab. Ah ja. Ja, solange ich Zeit hab.